Peter Georg von Puttkammer war ein preußischer Oberst und Chef des Garnisonsregiments Nummer 4 sowie Erbherr von Görshagen und Schlackow. Seine Eltern waren Joachim Heinrich von Puttkammer und dessen Ehefrau Barbara Elisabeth von Puttkammer aus dem Haus Schlackow. Leben Er kam 1731 in das Kadettenchor und wurde 1734 als Fahnenjunker in das Infanterieregiment Nummer 31 versetzt. Von dort wurde er am 15. Oktober 1740 als Fähnenjunker in das Fusilierregiment Nummer 35 versetzt. Am 2. Dezember 1743 wurde er Second Lieutenant und am 5. Juni 1751 Premier Lieutenant und am 29. Oktober 1756 Stabshauptmann. Am 23. Februar 1757 während des Siebenjährigen Krieges wurde er Hauptmann. Er hielt die Grenadierkompanie Billerbeck und kämpfte bei der Belagerung von Prag. Im Jahr 1759 während der Schlacht bei Kunersdorf bekam er einen Schuss durch die rechte Hand. Am 6. März 1760 wurde er zum Major befördert und am 3. November des Jahres kämpfte er bei Thurgau. Im Jahr 1762 befand er sich bei der Belagerung von Schweidnitz. Nach dem Krieg wurde er am 11. August 1767 Oberstleutnant und am 7. Juni 1771 Oberst. Am 23. Mai 1772 erhielt er das Garnisonsregiment Nummer 4. Er starb unverheiratet im Jahr 1775 an einem Knochengeschwür. In seinem Testament vererbte er seine Güter an seine Lehnsvettern und 500 Taler an seine vier Diener. Der Rest fiel an Johann Friedrich Olympius, den Sohn eines Feldwebels, den er zur Erziehung bei sich aufgenommen hatte.